Sie als Deutscher packen also Ihre Koffer und dann sagen Sie, ab nach Osten. Rosen und Deutsche sind ja, sag ich mal, zu 90 Prozent identisch. Wir haben die ganzen kleinen Städte, die ganzen kleinen Dörfer kennengelernt und haben uns eigentlich wieder neu in Russland verliebt und haben gesagt, da sehen wir unsere Zukunft. Sie hatten also keine Angst, in Russland Ihre Meinung zu äußern und sagten, wäre das eine Putin-kritische Meinung. Also mein Name ist Demo Klosch, bin ehemaliger Unternehmer aus Deutschland, haben die letzten Jahre in Potsdam gelebt, hatte dort mehrere Firmen gehabt und wir haben uns irgendwann die Frage gestellt, wo wollen wir in Zukunft leben? Und da kreist man immer mit den Finger auf der Landkarte rum und wir sind immer wieder bei Russland zum Stehen gekommen. Man stellt sich ja die Frage, wie wird es in Deutschland sein, wenn wir alt sind? Welche Prognosen, welche Zukunft wir haben? Wie sieht es mit der Rentenproblematik aus? Und wenn man sieht, dass man in Deutschland per Gesetz altersarm ist, dann sagt man, das kann nicht die Zukunft sein. Energiepolitik. Wenn man guckt, wo jetzt die Energiepreise insgesamt hingehen, wer kann es nachher noch leisten? Nahezu keiner. Wenn man guckt, wie die politische Entwicklung in Deutschland über die Jahre zu sehen war, sagt man klipp und klar, das will man nicht, das möchte man nicht mitmachen. Und wenn man im System selber nichts mehr ändern kann, stellt man sich die Frage, wenn ich das System nicht ändern lässt, in welches System passe ich überhaupt noch ein? Und dann stellt man fest, dass man in Russland, zumindest die Leute, die aus der DDR sozialisiert sind, sagen, Russland passt viel besser für uns. Wir gucken uns Russland genauer an. Wir haben Russland mehrfach bereist. Einmal eine Reise mit einem LKW durch ganz Russland durch mit einem alten Gast 66, haben die wirklichen Menschen und Leute wieder kennengelernt und nicht die Großstädte, nicht Moskau, nicht St. Petersburg, das ist das, was die meisten Leute im Ort kennen, aber das ist nicht das wahre Russland. Wir haben die ganzen kleinen Städte, die ganzen kleinen Dörfer kennengelernt und haben uns eigentlich wieder neu in Russland verliebt und haben gesagt, da sehen wir unsere Zukunft und dementsprechend sind wir auch hier. Wie kann man sich das vorstellen? Sie als Deutscher packen also Ihre Koffer und dann sagen Sie ab nach Osten und dann stehen Sie plötzlich an der Grenze hier. Wie ist es eigentlich? Wie waren so die ersten Tage, als Sie nach Russland gekommen sind? Sie sind mit Ihrer Frau gekommen und ich glaube auch mit elf weiteren Menschen, Sie sind mit einer Gruppe von deutschen Bürgern nach Russland. Wir sind nicht exakt am gleichen Tag alle. Mit uns zusammengekommen sind Bert und Petra. Wir sind vom Prinzip zum gleichen Zeitraum raus und sobald wir die Grenze passiert hatten, waren wir froh und erleichtert, endlich in Russland zu sein. Denn wir hatten das ja schon vorher probiert gehabt, durch die geschlossenen Grenzen und durch die Corona-Maßnahmen war Russland ja sehr, sehr lange geschlossen. Und da man mit Sorge immer auf Deutschland gepuckt hat, was da gerade passiert, gerade was in dieser Corona-Diktatur gemacht wurde, wie die Leute eingeschüchtert wurden, wie auf den Demonstrationen mit den Leuten umgegangen wurde, es waren ja nur Polizeiprügeltruppen. Aber das berichtet ja noch schlimmer, man berichtet ja noch schlimmer über die gleichen Sachen in Russland. In Russland darf man ja auch nicht demonstrieren gehen. Und hier wird man ja auch direkt verhaftet von der Polizei, nicht sanft. Man muss sich mal die Gesetzgebung angucken. Wenn man sich in Russland die Gesetzgebung anguckt und man schadet eine Demonstration, die nicht angemeldet ist, ist es eine Ordnungswidrigkeit. In Deutschland ist es eine Straftat. Das sind schon mal die zwei juristischen unterschiedlichen Herangehensweisen. Und wenn ich diese Strafe nicht zahle, steht da klipp und klar drunne, dass ich diese Tagessätze oder 30 Tage absitzen muss. Und das ist ja so bei einschlägigen Blockern, die durch die westlichen Medien immer getrieben werden, der Fall gewesen. Sie haben Demonstrationen gemacht, die nicht angemeldet waren. Dafür wurden sie sanktioniert, dafür wurden sie dann auch weggesperrt. Und das ist immer politisch ausgeschlachtet worden. Ich will es da gar keine Namen nennen. Jeder, der darüber nachdenkt, weiß die Namen, die man kennt. Sie hatten dazu keine Angst, in Russland Ihre Meinung zu äußern. Nun sagten wir, wäre das eine Putin-kritische Meinung. Letztens mit, das heißt letztens wieder zwei Monate her, denke ich mal, mit ein paar Freunden zusammengesessen, unter dem auch Russen, die auch Deutsch können, hervorragend Deutsch können. Und da kam dann irgendwann mal so die Frage, gibt es eigentlich noch freie Medien außerhalb Russlands? Wir guckten uns so gegenseitig an. Und dann kam fast einstimmig, nein. Also es gibt hier wirklich so viele Medien, die auch vom Staat, ich sage mal, gesponsert werden, finanziell, die eine Opposition bilden, die eine kritische Meinung bilden, wenn man sieht, wenn man sich mal die Reden von Putin anhört oder die Pressekonferenzen, was dort auf die kritische, scharfe Fragen gestellt werden. Das würde sich in Deutschland streckenweise keiner mehr trauen. Es muss sicherlich aber auch irgendwas geben in Deutschland, was Sie vermissen. Was wertet das? Leberwurst, die schmeckt und Brötchen. Und was ist mit dem bayerischen Bier? Nee, ich bin kein Biertrinker. Also Bier stört mich überhaupt nicht. Ich finde sogar, ich hatte mal russisches Bier probiert. Wird Sie jetzt etwa auf den Wodka umgestiegen? Ich habe früher schon mal ganz gerne Wodka getrunken. In Deutschland? Ja, ich trinke sehr wenig Alkohol, aber dann gerne auch ein Wodka. Ich habe jetzt über Sie gelesen, dass Sie angeblich ein Dorf aufbauen, sozusagen. Was ist da dran? Habe ich das richtig verstanden? Wie ist das jetzt vorzustellen? Was bauen Sie da auf? Es ist kein Dorf. Es ist eine kleine Siedlung an einem Dorf, in einem Dorf. Und wir wollen mit dem Siedlungsprojekt eigentlich das ländliche wieder mehr beleben. Und Russen und Deutsche sind ja, sag ich mal, zu 90 Prozent identisch. Die restlichen 10 Prozent sind positiv. Von den letzten 10 Prozent sind 50 Prozent positiv und 50 Prozent negativ. Und wenn man es schafft, ich sage mal, die positiven Sachen rauszufiltern, dann kommt man nahezu auf 100 Prozent. Und Perfektion wollen viele logischerweise nicht, schon historisch betrachtet. Und Russen und Deutsche ergänzen sich wunderbar. Die russische Gelassenheit und die deutsche Akribie vermitteln sich ganz wunderbar. Und am Ende kommen gute Ergebnisse raus. Denn ich sehe, wir haben, sag ich mal, durch den Fernsehbeitrag unheimlich viele Anfragen aus Deutschland, wo mir auch gesagt wurde, Remo, wir wollen unbedingt zu euch da mit hin. Und wir möchten, sag ich mal, wir sind ja russische Auswanderer gewesen aus Kasachstan, überall. Wir möchten ein gewisses deutsches Flair behalten, weil wir sind es gewohnt, dass verschiedene Sachen wie Pünktlichkeit, Akribie, Penible und so weiter, dass wir das weiter behalten wollen. Und wir brauchen ja auch als Deutsche genau dieses Umfeld wieder, damit wir uns wohlfühlen. Man sagt ja den Russen nach sehr oft, dass gerade die Deutschen sagen, ja, die Russen gucken immer so grämig. Und dieses Lächeln tatsächlich auf der Straße, dass man einem fremden Menschen zulächelt, das ist bei uns tatsächlich nicht angefragt. Das machen wir ja nicht. Und das habe ich erst in Deutschland so kennengelernt. Und ich habe das in Deutschland erst mal nicht verstanden, muss ich Ihnen sagen. Ich dachte mir, wieso soll ich fremden Menschen anlächeln? Ich kenne sie ja nicht. Naja, also in Amerika, ich muss noch nie in Amerika gewesen, aber von den Erzählungen, was man so hat. In Amerika ist man nach fünf Minuten der beste Freund, gehört mit zur Familie. Die haben keine Ahnung. Ja, aber das ist eh oberflächlich. Richtig, richtig. Und in Russland wird man nicht gleich, ich sage mal, umarmt, gemacht, getan. Und man ist nicht der beste Freund. Der Russe guckt schon ein bisschen skeptischer und sagt, ne, mal gucken, was die machen. Ob er es ehrlich meint oder ist es ein Spinner, ist das irgendwie ein unehrlicher. Es wird ein Weichen beobachtet, es wird ein Weichen geguckt, wer ist es. Und wenn das denn so ist, findet man Freunde fürs Leben. Und das ist das Gefährlichste an Russland. Wenn man hierher kommt, kann man Pech haben und man findet Freunde fürs Leben, die man nie wieder los wird. Das heißt, die Grimmigkeit hat sie jetzt erstmal nicht aufgeschreckt. Wir brauchen ja bloß in Deutschland gucken, wie viele Leute gucken dort grimmig. Die Leute haben momentan Angst um ihre Arbeitsplätze. Die Leute haben Angst, wissen nicht, wie sie ihre Lebenshaltungskosten bezahlen sollen. Und wenn man dann guckt, lächeln die noch? Nein, die lächeln schon lange nicht mehr. Und es ist ein anderer Umgang miteinander. Was ich auch erst lernen musste, man gibt in Russland der Frau nicht die Hand. Ist für uns Deutsche total befremdlich. Total befremdlich. Aber wenn man mal drüber nachdenkt und mal so ein bisschen in den Leuten redet, es ist die Privatsphäre der Frau. Und da dringt man nicht ein in diese Privatsphäre. Die Frau, wenn sie möchte, kommt dann schon heraus und sagt, gib die Hand oder umarmt ein oder sowas in der Richtung. Grundsätzlich ist das der Frau ihrer Bereich. Und das hat man zu akzeptieren. Und das finde ich gut. Hier in Russland darf noch eine Frau eine Frau sein. Und das ist auch wieder der große Unterschied in Deutschland. Ich habe damals mal gefragt, in Deutschland, was würde passieren, wenn du wiedergeboren wurdest? Als Mann oder als Frau? Als was würdest du wiederkommen? Als Mann habe ich es doch leichter. Wenn ich diese Frage einer russischen Frau stelle, gucke sie mich verwirrt an und sage, Remo, als Frau, als was sonst? Ich bin stolz, eine russische Frau zu sein. Und das ist der Unterschied. Eine Frau ist eine Frau. Und dieses Gleichberechtigungsthema per Quote gibt es hier nicht. Aber würden Sie die russische Gesellschaft als homophobe bezeichnen als deutsche Gesellschaft? Nein. Nee, denke ich gar nicht. Wenn man in Moskau guckt, da gibt es so viele Schwulen- und Lesben-Szene, Clubs und so weiter. Das interessiert. Es wird akzeptiert, es wird toleriert. Man sollte dafür keine Werbung machen und sagen, ich bin schwul und das ist gut so, sondern das ist jedem seine private Sache. Und was jeder privat macht, ist seine Sache. Sie haben ja auch erwähnt, dass Sie, bevor Sie sich entschlossen haben, nach Russland zu ziehen, haben Sie also Russland mit eigenen Augen auch angeschaut und haben auch eigene Erfahrungen gesammelt. Wo fanden Sie die meisten, also wo gab es für Sie jetzt in Russland Überraschungen? Jetzt verglichen mit dem, was Sie über Russland gehört haben, mit dem, was Sie tatsächlich dann vor Ort gefunden haben. Also wenn man, ich sage mal, den deutschen Medien glaubt, ist es in Russland eine hochfiskante Reise. Man kann an jeder Ecke überfallen werden. Man wird von vorne bis hinten nur überwacht und ausgespäht. Und wenn man in Russland selber vor Ort ist, stellt man fest, dass das alles an dem nicht ist. Man wird sicherheitsüberprüft, was auch vollkommen normal und richtig ist. Und wenn man mit den ganz normalen Leuten Kontakt hat, stellt man fest, das sind sehr warmherzige, offenerzige Menschen, die auch in jeder Situation, die irgendjemand da ist, helfen und sofort uneigennützig helfen. Und nicht bloß da ist die Telefonnummer vom ADAC, der kümmert sich. Sondern was wir auf der Reise erlebt haben, durch die ganzen Probleme mit dem Fahrzeug, uns wurde wirklich überall geholfen. Wir wurden privat mit eingeladen. Man hat die privaten Leute kennengelernt. Und das ist eine ganz andere, warme Menschlichkeit, die man im Westen so gar nicht mehr kennt. Also russische Menschen sind offenherziger und warmherziger. Und das ist man im Westen so eben leider nicht mehr bewohnt. Aber das sind auch gleichzeitig Menschen, die ja jetzt einen brutalen Krieg gegen ein anderes Land führen. Genau genommen die Ukraine. Haben Sie da auch keine Angst gehabt so vor aggressiven militärischen Stimmungen? Naja, der Ukraine-Krieg, der läuft ja seit neun Jahren. Medial läuft er erst seit einem Jahr. Es hat im Westen nahezu niemand interessiert, was in der Ukraine passiert ist, was in Lugansk und Donbass passiert ist. Es fand nur medial am Rande so ein bisschen Separatisten, Bürgerkrieg. Es gab, sagen wir mal, kaum Opferzahlen. Es wurde nicht groß drüber berichtet. Und erst nachdem jetzt vom Prinzip, ich sag mal, die Sonderoperation gestartet ist, oder man sagt ja, man darf in Russland nicht Krieg sagen, man darf in Russland Krieg sagen, seitdem Russland diesem Krieg beigetreten ist, wird er medial ausgeschlachtet und wird praktisch Russland als der böse Blutrünstige hingestellt. Die Leute, die das alles in aller Regel behaupten, haben Russland noch nie persönlich kennengelernt, haben keine russischen Menschen kennengelernt. Wenn ich in den Medien gesehen habe, wie russische Leute in Deutschland angegriffen, verdöbelt wurden, diskriminiert wurden, das sind das Sachen, das habe ich ja nie erlebt. Ganz im Gegenteil. Es sind so viele Menschen gewesen, die uns gefragt haben, jetzt ist ja der Krieg ausgebrochen, bleibt ihr hier? Ich habe gesagt, selbstverständlich bleiben wir hier. Die haben sich alle gefreut, haben gesagt, schön, dass ihr auf unserer Seite seid, schön, dass ihr hier bleibt. Die haben wirklich gedacht, wir gehen aus diesem Grund weg. Und ich sage, nein, wir bleiben hier. Und das ist ein Bruderkrieg, der dort stattfindet. Das ist ein Stellvertreterkrieg, der dort stattfindet. Und ich habe auch aus Russland noch nie einmal eine Stimme gehört, diese auf gut Deutsch scheiß Ukrainer. Nee, es wurde immer gesagt, es sind unsere Brüder, es sind unsere Schwestern, es sind unsere Arbeitskollegen, Studienkollegen. Da war nie ein böses Wort gegen die Menschen, wenn in dieses politische System. Haben Sie irgendwie eine Möglichkeit von Russland aus, auch deutsche Nachrichten zu verfolgen, deutsche Berichterstattung? Und wenn ja, dann wie machen Sie das? Und welche Kanäle gucken Sie? Also wir gucken eigentlich, ich sage mal, deutsche Medien nahezu nicht mehr. Weil wenn man über Telegram ist, kriegt man genug Sachen mit. Wenn man mal das deutsche Fernsehen einschaltet und ich sage mal, diese Propagandamedien hört, schaltet man nach ein, zwei Minuten aus und sagt, boah, ist nicht akzeptabel. Können Sie ein Beispiel nennen für eine Propaganda, was Sie jetzt vielleicht vor kurzem gehört haben, in den deutschen Medien. Jetzt genauer Vorfall, wo Sie sich aufgeregt haben. Ich habe schon lange nicht mehr geguckt, aber mit Bachmut, nicht mit Bachmut. Wie heißt das, wo das Massaker war? Das angebliche Massaker war. Butcher, genau. Es sind ja vorher durch die Medien genug Telegram-Kanäle, ich sage mal, auch von ukrainischer Seite geteilt worden, wie die Polizeieinheiten durchgefahren sind, wie die Stadt aussah. Und nachdem, ich sage mal, die Russen abgezogen waren, ich glaube, eine Woche später oder drei Tage später, hieß es auf einmal Massenmorde, Leichen auf den Straßen. Und auf diesen Straßen gab es Videomaterial, was vorher eben diese Leichen nicht zeigte. Und dieses Thema Butcher ist ja jetzt aus den Medien auch nahezu verschwunden. Das war mal eine kurze Blase, die hochgekocht wurde, die medial auf den Titelseiten stand. Aber jetzt sieht man und hört man nichts mehr, weil man ja keine Argumente hat. Man braucht bloß gucken mit den ganzen Biowaffenlaboren, was da ist. Die Beweise, die geliefert werden, die werden nicht betrachtet, die werden ignoriert. Die interessieren niemanden. Es wird eine Behauptungsteile aufgestellt, ohne dass irgendein Argument kommt. Es wird einfach nur eine Behauptung im Raum gestellt. Was würden Sie denn Menschen in Deutschland sagen, die die regierungsnahen Medien konsumieren in Deutschland? Sie sollen den Fernseher ausmachen, das Gehirn einschalten, das Auto volltanken, nach Russland fahren, sich die eigene Meinung bilden. Wie hat auch ein Freund mal gesagt, Geisen vernichtet Vorurteile. Und wenn man einmal hier ist und hier war, dann wird man zurückfahren und wird die ganze Geschichte, was dort medial verbreitet wird, richtig kritisch hinterfragen und sagen, das stimmt jetzt aber gerade nicht, was ihr so erzählt. Und nur wenn man ein Land kennt, man soll herfahren, angucken, eine Meinung haben und dann mitdiskutieren und nicht eine Meinung vertreten, die einem irgendjemand erzählt hat. Haben Sie auch vor, in Russland zu bleiben? Oder war das von Ihnen von vornherein so gedacht, dass Sie sagen, wir gucken uns das jetzt für ein paar Jahre erstmal an und dann ziehen wir sowieso nach Deutschland zurück, sobald es dort sich beruhigt hat? Also wir sind grundsätzlich erhebbar, um hier zu bleiben. Und wenn man auf unser Alltag guckt, können wir nicht sagen, wir springen mal so alle 10, 20 Jahre hin und her. Das ist einfach nicht mehr möglich. Aber was ist mit der ganzen Demokratie, wollte ich sagen? Nein, ich meine Bürokratie. Also wie ist das jetzt eigentlich? Sie müssen ja sich ein Visum beantragen, Sie müssen sich ein Arbeitserlaubnis holen und all diese Sachen. Wie schwer oder wie leicht ist das einem deutschen Bürger? Wird das in Russland gemacht? Also leicht ist es definitiv nicht. Es liegt aber hauptsächlich daran, weil es ist eine andere Bürokratie, eine andere Verfahrensweise und man muss sie erst kennenlernen. Dann kommt in aller Regel noch die Sprachbarriere zu, was sich ja dementsprechend schwieriger macht. Wenn man Russisch gut kann und beharrlich ist, ist es ein normales Prozedere, was man durcharbeiten muss. Und ansonsten empfehle ich immer, man sollte sich eine juristische Begleitung, juristische Beratung nehmen, damit man eben Fehler vermeidet. Denn auch in Russland gibt es manchmal eine Bürokratie, die nicht 100% sattelfest ist. Und das kann man vermeiden, indem man von vornherein gleich sagt, nee, im Gesetz steht das und das drunter und bitte haltet euch daran oder guckt mal danach. Und dann geht das eigentlich alles normal. Es ist Fleiß und Beharrlichkeit. Also hier steht keiner und sagt, ach, willkommen, ihr Deutschen. Herrlich, dass ihr da seid. Und guck mal, da ist jemand, mit dem läufst du jetzt drei Tage mit und in vier Tagen hast du den russischen Pass. Funktioniert nicht. Ich habe eine letzte Frage noch an Sie. Wie erleben Sie auf dem Menschen-Niveau, sozusagen mit Ihren russischen Kollegen oder vielleicht Bekannten und Freunden, die Diskussionskultur? Inwiefern unterscheidet sich diese von der in Deutschland? Also hier ist es so, dass die Leute, ich sage mal, unterschiedlicher Meinung sein können, auch lebhaft drüber diskutieren und trotzdem Freunde bleiben. Also hier ist die Gesellschaft nicht gespalten. Hier sitzen die Leute zusammen und tun kontrovers diskutieren, was gut ist. Ich sage auch mal, die Russen sind etwas direkter, was ich persönlich besser finde, weil es wird nicht drumherum geredet und so schön getan und wir tun mal so auf Diplomatie. Nein, es wird klipp und klar gesagt, das stört mich oder das finde ich gut. Es ist direkter, aber ehrlicher. Und das ist gut so. So wie Sie gesagt haben unter uns, als wir miteinander geredet haben, dass Sie glauben, es konnte durchaus in einem Krieg alles enden. Ich bin da eher so, dass ich sage, zu diesem Zeitpunkt halte ich jeden Ausgang für möglich. Völlig jeden. Also ich würde da nicht sagen, oh, das ist vollkommen ausgeschlossen oder dieses Szenario ist vollkommen ausgeschlossen. Ich halte alles für möglich. Und das ist, ich hätte gerne so ein bisschen mehr Sicherheit, dass das Flieden einkehrt. Ich sehe in der heutigen deutschen Regierung aber nicht diese Absicht. Sehen Sie diese? Ja, ich sage mal so, bei der deutschen Historie wäre es die deutsche Aufgabe gewesen, die Pflicht gewesen, immer die Vermittlerrolle einzusetzen. Nicht wie bei Minsk II, wie man im Nachhinein zugibt, dass es eine Lüge war, ein Fake war, um Russland, ich sage mal, hinzuhalten, um die Ukraine aufzurüsten. Und wenn man wieder deutsche Panzer gegen Russland schickt, dieses Symbol, sollten Sie die Deutschen mal ganz genau überlegen, was das in den Köpfen der Rosen für eine Wirkung hat. Dieser Zweite Weltkrieg ist so vernichtend gewesen. Aber Sie sind ja der Überzeugung, dass der Russe jetzt der Böse ist. Davor war der Russe das Opfer von der hitterischen Invasion, sozusagen. Und diesmal ist es aber alles anders. Diesmal ist der Russe der Aggressor, der ein armes, unschuldiges Land Ukraine überfallen hat. In dem Sinne unterstützt ja kämpft ja oder schickt Deutschlands Edelpanzer ja für was Gutes diesmal. So wird es ja angesehen. Ist Krieg was Gutes? Krieg war noch nie was Gutes gewesen. Krieg ist immer ein Versagen der Politik. Und man muss gucken, man kann jemanden... Aber diesen Krieg hat ja Putin angefangen, heißt es. Ja, der Krieg läuft ja schon acht Jahre zuvor. Er wurde nur medial nicht ausgewertet oder aufgenommen aus dem Westen. In Russland war er präsent gewesen. Und es wurde auch in Russland von vielen Menschen gesagt, warum reagiert Russland erst jetzt? Und das ist ja auch ein Druck von unten heraus gewesen, dass endlich reagiert wird. Es wurde ja auch gesagt, auf was wollen wir denn noch warten? Auf was wollen wir noch warten? Unsere Leute werden dort zerschossen. Ja, es ist ja die... Also vor dem Einmarsch wurde ja der Geschuss ein Vielfaches erhöht. Ja, da sind ja tausende von Granaten pro Tag eingeschlagen. Es wurden Minen hingeschossen, um die zivile Bevölkerung zu treffen. Und wo reagiert man? Ab wann ist der Punkt, wo man verpflichtet ist, seinen Geschwistern zu helfen? Wo ist der Punkt? Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ja, und daher sagen viele Russen, wir hätten das viel, viel eher machen müssen. Ich kann es nicht entscheiden, ab wann es ein Punkt, einen Krieg zu führen ist. Krieg ist nie eine gute Lösung. Aber wenn ich jemanden immer wieder, ich sag mal, provoziere, immer wieder, ich sage mal, in die Ecke drücke, irgendwann wird jeder reagieren. Egal wie, egal wann. Ob das jetzt von dem anderen System gewollt ist oder nicht gewollt ist. Ich denke mal, das ist ein Planspiel gewesen. Das ist ein Stellvertreterkrieg, der in der Ukraine stattfindet. Es ist kein Krieg gegen die Ukraine und schon gar nicht gegen die Bevölkerung, sondern es ist ein aufgerüstetes NATO-System, die Ukraine jetzt, wo gegen Krieg geführt wird. Wer hat denn die Versprechen alle gebrochen? Welche Verträge wurden alle von den Amerikanern aufgekündigt? Welche Zusagen wurden alle gebrochen? Wir brauchen doch über die Ostarbeitung reden oder NATO-Arbeitung. Es sind doch alles Versprechen gewesen, die absolut nicht eingehalten wurden. Ab wann soll ein Land seine Souveränität praktisch verteidigen? Wenn die erste Atombombe. Und ich denke mal, das Feuer ist immer dann der Punkt, wo man sagt, ich schütze mein Land, ich schütze meine Souveränität. Und hier ist der Punkt, ich habe lange genug gewarnt, ich habe gesagt, hört auf, erweitert nicht, rüstet nicht auf, schickt nicht weiter Waffen. Und dieser Punkt ist irgendwann überschritten. Und der wurde überschritten. Die roten Linien sind ja bewusst immer überschritten worden. Damit bewusst auch dieser Krieg ausbricht. Ist ja kein Überraschung. Wir erleben es hier Russland unter Sanktionen und unter den EU-Sanktionen. Ich zeige mal, was sieht man das hier? Ne, sieht man jetzt nicht. Wollte gerade eine Zigarettenschachtel reinhalten, eine Reiboro-Schachtel. Alles, was aus Amerika kommt, funktioniert hervorragend. Inklusive, ich sage mal, dieser Bezahlserien und Filme. Alles, kein Problem. Es gibt alle Waren, egal was es ist, es gibt alle deutschen Waren. Nur weil sie jetzt über Drittstaaten laufen, sind sie etwas teurer. Aber muss ich was aus dem Westen haben, wenn ich das gleiche Produkt hier finde? Und günstiger ist, brauche ich nicht. Die Deutschen haben sich, egal was in der Fahrzeugindustrie, so selbst ins Knie geschossen. Diese Lücken, die sie gerissen haben, waren nicht wirklich wichtig. Sie wurden sofort durch andere Firmen, durch russische Firmen oder chinesische Firmen ergänzt und geschlossen. Es gibt alles. Heißt nur anders, aber es ist streckenweise eine beste Qualität. Alles klar. Dann bedanke ich mich, Herr Kirsch auf jeden Fall, und hoffe auf ein nächstes Mal. Ich bin da. Steht da hinten dran. Ich bin da. Sehr gut. Ich bin da.